Bittilasana, Kuhstellung, ist einer der vielen Namen für den Vierfüßlerstand. Du gibst die Knie auf den Boden, etwa hüftbreit auseinander, du gibst die Hände auf den Boden, unter die Schultern und so bist du im Vierfüßlerstand. Diese Stellung, Bittilasana, wird manchmal auch bezeichnet als Marjarasana, die Katerstellung, Marjaryasana, die Katzenstellung oder auch als Bharmanasana, die Tischstellung. Manchmal wird auch gesagt, dass wenn der Brustkorb unten ist, ist es Bittilasana und wenn du einen Katzenbuckel machst, dann ist es Marjaryasana. Und so gibt es ja zum Beispiel auch die Übung von Marjara Bittila, die Übung von Katzenbuckel zur Kuh, wie Samuel gerade vormacht. Aus Bittilasana gibt es viele verschiedene Variationen, die du auf anderen Videos findest. Es gibt zum Beispiel Ekahasta Bittilasana, wo du einen Arm nach vorne ausstreckst. Es gibt Ekapada Bittilasana, wo du ein Bein nach hinten ausstreckst. Und es gibt Ekahasta, Ekapada Bittilasana, wo du einen Arm und ein Bein nach hinten ausstreckst. Und dann gibt es auch noch Januvakra Bittilasana, wo du das gebeugte Knie zum Kopf hingibst. Oder es gibt auch Kaurupura, Januvakra Bittilasana, wo du den Ellbogen zum gebeugten Knie hinbringst. Also viele verschiedene Variationen. All diese Variationen spielen gerade im Rücken-Yoga eine besondere Rolle, weil sie Rückenmuskeln und Bauchmuskeln stärken und Gleichgewicht erhöhen. Mehr zu all diesen Variationen, die Samuel gerade vormacht, findest du unter dem Stichwort Katze auf den Yoga-Vidya-Seiten, wie auch in der Yoga-Vidya-App, weil wir all diese Variationen eher unter dem Namen Katze behandeln. Vielen Dank.